Heute schauen wir uns ein Video an, was über ein Jahr alt ist, wo ich gestreamsnappt wurde und einfach mein iPhone kaputt gemacht habe. Und sorry, dass zur Zeit so viele Streamsnappt-Videos kommen, aber ich bin bis Dienstag noch im Urlaub. Falls ihr da entgehend was mitbekommen wollt, folgt mir unbedingt auf Instagram, da heißt ich simxyt. Für die meisten, die mir da folgen, haben es ja schon mitbekommen. Danke für die ganzen Abos, die jetzt neu dazukommen, von den Leuten, die neu auf dem Kanal sind. Liked dieses Video, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wie gesagt, wir ziehen uns jetzt rein, wie Gohan Sama mich gestreamsnappt hat. Der Tag ist gekommen. Ihr wolltet alle, dass ihr simxyt Streamsnappt. Nun, alles was ihr wolltet, passiert genau in diesem Video. Schaut es bis zum Ende. Ey, was ist das? Schon wieder! So, Digga, wir sind einfach in der Serie. Simx, Alter. Wir gucken jetzt nur, wo der Lande findet. Du bist kein OG, du hast alle OG-Skins nur gekauft. Ey, aber mir ging es da gar nicht gut. Ich sag euch, wie es ist. Schaut mal das hier unter mir an. Da habe ich noch so viel gewogen und ich habe so krank abgenommen. Das ist ja mal mies nice. Alter, das waren ganz miese Zeiten vor dem Jahr. Da wusstest du noch nicht mal, dass es Fortnite gibt. Direkt da, als Battle Royale rausgekommen ist, als es noch RDW gab, da habe ich schon angefangen zu spielen. Als es noch nicht mal Battle Royale gab, da habe ich doch schon dieses Spiel gespielt. Und du schreibst mir hier im Chat, dass ich kein OG bin. Junge, fack mich doch nicht ab, Alter. Was willst du? Schon seit einer halben Stunde? Ey, Mods, band den jetzt endlich mal. Der schreibt schon die ganze Zeit rein, dass ich kein OG bin. Das regt mich anders auf. Okay, darf ich wieder landen? Okay, wir gehen direkt hinterher. Damals war auch noch Recon Expert OG. Wir haben fack dich gerade ab, Mega OG Skits. Digga, wenn du jetzt noch meinen Namen siehst. Oh mein Gott. Z-Max. Alter. Stimmt. Der hat sich einfach Z-Max Fake OG genannt. Ach, das ist der. Da, Z-Max, ich hab dich. Oh mein Gott, ich kriege... Oh mein Gott, ich hol dich so hart. Hol direkt die Kiste hier und nimm die Hops, Alter. Was wollt ihr von mir? Direkt goldene Pump, Junge, Alter. Golden Tactical war so geil. Z-Max, dein Gott gehört mir, Kussi. Nein, Junge, du hast alle deine Skins nur gekauft. Was laberst du, Junge? Oh ja, direkt zwei goldene Pumps. What the fuck? Wieso bekomme ich direkt zwei goldene Pumps? Was geht ab, Alter? Warte, warte mal kurz. Ich muss, ich muss... Warte, warte, ich muss schnell was auf mein Handy schauen. Warte, 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 ganz kurz. Warte kurz. Ich muss schnell was auf mein Handy schauen. Warte kurz. Nein, guck auf sein Handy. Guck auf sein Handy. Ey, nein, was? Z-Max Fake OG, er tanzt. Ey, was ist das? Wie ist Z-Max Fake? Junge, Junge, wenn das der aus dem Check ist. Junge, nein, nein, was ist das? Oh yeah. Warum bin ich da ausgerustet? Ich zieh, schau mal, ich zieh zwei goldene Pumps und dein Stream Sniper melden, melden, Stream Sniper, Stream Sniper, Sie Max Fake OG, tanzt nicht so dreckig, tanzt nicht so die kleine Kachi, Alter. Sie Max Fake OG, Stream Sniper, Junge, du wirst so gemeldet, schau wie er sich freut, Junge, so ein Abfucker, fuck mich nicht ab, Junge, 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 ich werd dich finden, Alter. Ich werd dich finden. Ja, Digga, ja, geil. Tanz doch nicht so hässlich, hör auf damit. Was, nein, was, nein? Hör auf zu tanzen. Schau, wie sie springt, Alter, Junge. Fühlt er sich krass mit, Junge, ich hatte zwei goldene Pumps, gell? So, Digga, Sieg Bags. Bruder, wir sind schon wieder in derselben Lobby am Nackoy. Ich sag jetzt extra nicht, wo ich lande, ich hab keinen Bock mehr. Ge-Stream-Sniper zu werden. Auf einmal ist der aus dem Chat, der die ganze Zeit im Chat schreibt, dass ich ein Fake OG bin. Auf einmal ist er in meiner Runde und holt mich. Das größte Disrespect, den ich je gesehen habe, der ja, denkst du, ist lustig. Alter, wenn ich diese alte Karte sehe, ich bekomme so Flashbacks. Ich will unbedingt wieder eine einzige Runde, wenn es auch nur eine ist, auf der alten Karte spielen. Einfach tiltet landen, egal welches tiltet, einfach die alte Karte. Du musst dich mal sagen, wo du landest. Ich warte einfach auf dich. Und? Wann geht der raus? Wann geht der raus? Komm, geh raus. Könnt ihr jetzt sehen, ich lande bei den beiden Häusern dort so, wenn da jetzt jemand mitkommt, 100% zu zählen. Eine Million. So safe, Stream-Sniper. Ja, Mann. Ich hol dich. Ja, er landet genau hier. Er hat gesagt, bei den beiden Häusern. Nee, schau. Schau, schon wieder. Schon wieder. Schon wieder in der Luft ist auf einmal da, Alter. Ahaha, da ist er. Wuhu. Schon wieder. Schon wieder. Das ist der. Das ist der zu 100%. Das ist der zu 100%. Ah, okay. So viel. So viel. Nein, ey. Nur. Nein, 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 nein. Boah, ich bekomme nur schallgedämpfte Pistole. Was ist das? Ich brauche Metz. Komm, die Geile. Ich brauche noch nur schöne Pampi. Pampi, Pampi. Bruder, Granaten. Hier. Friss, Bruder. Friss. Hier. Hey, hey. Er wirft. Er wirft. Wahrscheinlich bekommt er doch noch in dem Haus eine Pamp. Komm, komm, Pamp, Pamp, Pamp. Digga. Renn. Dieser, dieser Schrei. Renn. Papp. Digga. Renn. Komm wieder. Dieser Schrei, gell. Das war so laut. Wieso? Digga. Ich habe keinen Bock mehr zu streamen, Mann. Ich habe alles kaputt gemacht, Alter. Ich träg's gar noch. Oh, mei. Komm, Karli aus dein Leben, klar. Digger, ich mach doch mal Schuss, der so. Hör doch auf zu tanzen, Junge, du bist nicht krass. Komm, 1 vs. 1 kräftig, ich nimm dich hoch, Junge. Bruder, wie war das? Siehst du mich? Aber hier rassier ich dich. Er hat Combat, er bekommt Combat. Er landet Ostafrika bei irgendeinem Haus in Westuganda und bekommt ihre Combat. Ich bekomme, wie James Bond, Digger, schallgedirfte Pistole, kann nichts machen. Was ist das, Mann? Oh, yeah. Hier, Bruder, schallgedirfte Pistole. Genau wegen solchen, ihr fragt mich, wieso ich nicht so oft auf Twitch streame. Hier, hier. Da, da, wegen diesem Typen, wegen diesem Typen. Immer Streams dabei, ich hab keinen Bock mehr. Immer irgendwelche Leute sagen, die sagen, du bist kein OG, schau sein 90's, Digger. Digger, da war ich mit meinen linken C. Der macht 90's von Need for Speed. Kennt ihr von Need for Speed von Playstation 2? Dieses Lenkert. Damit macht der Nein. Bruder, er rasset so aus. Scheiße, Holter. Ey, Bruder, war Allah, geil. Er rasset zu brutal aus. Boah, was ist das? Wenn der jetzt da runter... Boah, ich schweige jetzt hier runter, damit der ein bisschen aufregt. Jo, er will nur Streams, er will nur Abfuck. Peach, alter, Peach. Digger, ich glaub, wir sind schon wieder in derselben Lobby, ja. Wir sind so ein Legenden-Video. Ich hoffe, der rast jetzt richtig aus. Ich sag euch ganz ehrlich, ich sag jetzt nicht, wo ich lande. Ich mach, glaub ich, sogar ganz kurz Blacks. Boah, ich find dich trotzdem. Ich find dich trotzdem. Nee, aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch einmal gestreamt werde, vorbei. Vorbei, ich hab keinen Bock mehr. Vorbei, ich mach Stream aus. Ich mach sowas von Stream aus. Ich bin auf 180, Digger. Der Land ist der Pleasure. Ich würde da einlesen. Die ganze Zeit, schau mal, ich stream seit 20 Minuten. Ich werd nur abgefuckt. Im Chat kommt die ganze Zeit irgendeiner mit neuen Accounts schreibt die ganze Zeit rein, du bist kein OG. Ich lande irgendwo am Arsch der Welt in Usbekistan und ich kann trotzdem hier landen. Oh mein Gott, der will hier landen. Oh mein Gott. Ich weiß gleich, was passiert. Oh mein Gott. Schon wieder, ich hab nicht mal ne Waffe. Nein. Nein, 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 ich lauf weg. Ich hab keinen Bock mehr. Warte, wo bist du? Bob. Bob. Nein. Hör auf. Hör auf, hör auf. Bitte, bitte, hör auf. Ey, 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 ey. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, Junge. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ich brauch was zum Schlagen. Oh nein. Oh nein. Wie er ausrastet. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Er tanzt die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hör auf zu tanzen. Du bist nicht krass, Junge. Ich mach's stream aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Mir egal. Ich mach's stream aus. Gar keinen Bock mehr. Er hört auf zu streamen. Er hört auf zu streamen. Digger, nein. Ich mach mein Handy kaputt wegen dem. Ey, Chad, schau mal. Schau mal, was passiert ist. Er hat die kaputt gemacht. Er hat die kaputt gemacht. Ohne mich wollte ich ja nur auf locker stream snipen. Er hat, oh mein Gott. Kann der endlich aufhören zu tanzen? Hör doch mal auf zu tanzen, du Keg. Hör doch mal auf zu tanzen. Er denkt, der wär cool, wenn er mich killt, wenn ich nicht mal ne Waffe hab. Ich hab ruhig geläbter geteilt. Ey, das hat er hört sich. Sorry, Jungs, ich mach jetzt den Stream aus. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Ich kann wirklich nicht mehr. Er hat einfach streamen. Er hat einfach den streamen. Ciao, Z-Max. Geil. Jungs, Jungs, wir haben ihn einfach dreimal. Dreimal hintereinander. Oh mein Gott, der hat mir eine Freundschaftsaufrage gestellt. Der hat mir eine Freundschaftsaufrage gesehen. Wir haben jetzt die Freundschaftsaufrage angenommen. Wenn er mich jetzt einlädt, ne? Wenn er mich jetzt noch einlädt, dann rast ich richtig aus. Er hat mich eingeladen. Oh mein Gott, Alter. Guck, was er sagt. Einmal sie mixen. Ich hab gefragt, ob du lustig bist. Ich hab dich gestream-sniped. Lach. Nicht. So. Ver. Tick. Ich hab dich gestream-sniped. Bist du lustig? Wer denkst du, wer du bist, Junge? Wer bist du, wer du denkst? Ich bin Gohan, sag mal, Bro. Bro, was? Bro, was? Bro, hast du wirklich, hast du wirklich Handy kaputt gemacht? Bro, mein iPhone, Bro, wenn meine Mutter nach Hause kommt. Bro, die nimmt mich anderswo. Bro, egal, ich schick dir neue Handy, Bro. Ich schick dir neue Handy. Bis heute hab ich kein Handy bekommen. Wo ist mein Handy? Bro, ich dachte, ich dachte schon, du rast es aus, ne? Aber, Bruder, dass du so aus hast, ist Arme nachräumt. Bro, du weißt doch selber, schlechter Tag, du bist abgefuckt. So, das Einzige, Bro, auch du dich freust, ist streamen und dann kommt oben so einer. Wenn ich ganz ehrlich sage, StreamX Fake OG. Dann kommt auch noch drei Mal hintereinander, Wala, du tust mir leid, Bruder. Aber wenn du weißt, Bruder, stream ruhig weiter. Stream ruhig weiter. Bro, wenn ich jetzt, Bro, ich hab schon streamen beendet. Wenn ich jetzt nochmal weiter streamen will, dann kommen irgendwelche anderen Streams einfach. Fuck, Alter. Ja, moin. Fuck, abgeh, Bruder. Sorry, tut mir leid. Ey, es ist wirklich ein Legenden-Video. Leute, falls ihr nur auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Like dieses Video, wie gesagt. Gohan Sama ist auch ganz oben in der Beschreibung. Checkt den Bruder auch ab. Legenden-Video. Und neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Video. Und tschüss.